Wir haben es. Das Rad der frischgebackenen Weltmeisterin Fem van Empel und ihr Zervelo R5 CX. Die Cross-Saison 2022 und 2023 hätte nicht besser für die junge Niederländerin verlaufen können, denn neben dem Europameistertitel der Gesamtwertung im Weltcup konnte sie sich jetzt noch am Samstag in Hogeheide das Weltmeistertrikot der Frauen sichern. Das hatte sie alles erreicht auf dem neuen Zervelo R5 CX, das übrigens zusammen mit Wout van Aert und der ehemaligeren Weltmeisterin Marianne Voss entwickelt wurde und ein paar Besonderheiten hat. Dazu kommen wir natürlich noch später im Video. Was auffällt, sie hat natürlich eine Speziallackierung bekommen für ihren Europameistertitel und ganz im Stile der Flagge wird das Rad komplett blau gehalten und hat ein paar Glitzereffekte im Lack mit verbaut oder mit lackiert und ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus. Gefällt mir sehr gut. Dazu gibt es eine weiße Gabel, die natürlich speziell von Zervelo für das Rad gefertigt wurde, wo wir noch Akzente mit blauen Streifen und dem goldenen Stern der Europaflagge wiederfinden. Was wir auch an dem Rad wiederfinden, ist eine komplette Schaltgruppe von dem amerikanischen Schaltungshersteller SRAM und für eine Spitzenfahrerin wie van Ampel wird natürlich die SRAM Red Gruppe verbaut. Das sieht man zwar auf dem ersten Blick an den Hebel nicht, denn dort steht normalerweise SRAM Red, denn die Profis, die bekommen immer eine etwas andere Ausführung. Dazu gehört ebenfalls, dass bei SRAM im Cross immer mit einem Einfachkettenblatt gefahren wird. Das wurde von SRAM speziell entwickelt und die Zehner sind so angeordnet, dass die Kette in keinem Fall runterfallen kann. Falls sie es doch tun sollte, dann haben die Mechaniker von Jumbo Wisma eine Wolf 2s Kettenführung aus Titan montiert, dass die Kette immer im Gang bleibt. Das Kettenblatt, das ist übrigens nur 40 Zähne groß und hat auch keinen Powermeter verbaut. Die Kurbel selbst ist 172,5 mm lang und die Abstufen der Kassette, die beträgt 10 bis 33 und kommt von SRAM Red. Ebenfalls sehr besonders sind die Laufräder der hauseigenen Marke von Zervelo Reserve. Dort haben wir eine Schlauchreifenfelge, die ja üblich im Cross gefahren wird und normalerweise finden wir auf der Homepage solche Felgen eigentlich nicht. Für die Profis werden natürlich spezielle Laufräder angefertigt und vorne haben wir eine Felgenhöhe von 36 mm und hinten von 39 mm, gepaart mit einer Narbe von DT Swiss, die 240S. Aufgeklebt auf den speziellen Schlauchreifenfelgen finden wir Reifen von Dugast und für das Rennen in Benidorm, das ja ziemlich schnell war, entschied sich Femme van Ampel für den Typhon in 33 mm, der ja so der Allround-Reifen für die schnellen Rennen und Crossrennen im Sand sehr gut geeignet ist. Die Firma Dugast wurde übrigens von Vitoria aufgekauft oder eingegliedert und die sind ja Sponsor beim Team Jobo Wismar. Das letzte Detail der Laufräder sind noch die Bremsscheiben und die kommen natürlich ebenfalls von SRAM Red und sind vorne wie hinten 140 mm groß im Durchmesser. Wir machen jetzt aber weiter mit dem Lenkbereich an dem Cervelo von Femme van Ampel und dort setzt sie auf eine vollintegrierte Lösung von FSA. Der Vorbau, der ist aus Aluminium, nennt sich FSA ACR. Das steht für Aerodynamic Cable Routing und ist 100 mm lang. Also die Kabel verschwinden komplett im Vorbau und gehen dann durch das Steuerrohr in den Rahmen und der Lenker, der ist aber aus Carbon gefertigt. Der FSA K-Force Kompakt Version aus Carbon, 40 cm breit und super leicht. Der Sattel, der kommt vom Sponsor Physik Antares R1 Braided vs. Evo, nennt er sich und der ist besonders leicht, wie das Rad am Ende auch zeigen wird. Die Sattelstütze, die kommt ebenfalls von Cervelo, nennt sich SP24 aus Carbon. Hat zwei Sattelklemmen und eine D-Form, was mehrere Vorteile hat, denn Marianne Voss und Baud van Aert hatten einige Wünsche, denn die D-Form, die sorgt dafür, dass das Rad ein bisschen komfortabler wird, weil die Sattelstütze mehr Flex hat und im Fall eines Sturzes, dann kann die D-Form sich nicht verdrehen im Gegensatz zu einer runden Sattelstütze und die zwei Sattelstützenklemmen, die sorgen auch dafür, dass man das Rad problemlos mit im Flugzeug transportieren kann und nicht immer wieder die Höhe des Sattels neu einstellen muss. Wie üblich im Radcross wird das Rad auch mal geschultert bzw. die Rennen sind nicht länger als eine Stunde lang, deswegen wird auf einen Flaschenhalter bei Fanfarm Ampel verzichtet, genau wie auf einen Radcomputer, den finden wir nicht, denn Fanfarm Ampel, die fährt im Radcross immer eine Wahoo Rival Puls Uhr. Zu guter Letzt haben wir an dem Fahrrad noch das letzte Detail und zwar die Pedale, die kommen natürlich aus dem Mountainbike-Bereich und sind vom Konkurrenten Shimano, die Shimano XDR, sind überwiegend bei den Cross-Fahrrädern zu finden. So, das waren jetzt alle Komponenten an dem Europameister- bzw. Weltmeister-Fahrrad von Fanfarm Ampel. Jetzt kommen wir natürlich noch zu den Maßen. Fanfarm Ampel, die ist ganze 1,73 Meter groß und das Rad fährt sie in der Größe 54. Die Sattelhöhe hat sie dabei auf 74,5 Zentimeter und der Abstand von Sattelspitze bis Mittellenker, der beträgt 53,5 Zentimeter. Mein lieber Kollege Loic aus Frankreich hat das Rad natürlich auch noch gewogen und nur ganze 6,96 Kilogramm wiegt das Leichtgewicht von Cervelo von Fanfarm Ampel. Kein Wunder, dass sie damit so schnell Fahrrad fahren kann. So, das war jetzt das Rad von der Weltmeisterin Fanfarm Ampel. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Europameisterrad findet und ob ihr schon gespannt seid, wie die Weltmeister-Edition für sie aussehen wird. Dann lasst noch gerne einen Daumen nach oben da für das Video und ein Abo auf unserem Kanal, denn wir haben immer die neuesten Profiräder und neuesten Themen rund ums Thema Radsport. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.